Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Flughafen Feuerwehr Simulator 2013 Mein Name ist Garderohl, wir sind endlich am Panther und ich wollte mal eben gucken, ob wir hier auch einen Schlauch und so drin haben so ich mal eben von Hand einmal löschen kann weil das hier ist mir alles noch ein bisschen ne, hier können andere Fahrzeuge dran da einmal wissen, was wir hier noch machen können, alles also nicht so viel das ist im Wesentlichen dann offenbar wirklich dann das Fahrzeug und ich kann hier hochklettern wenn er aktiv ist das wäre natürlich praktisch weil ah, die Kollegen helfen ja auch mal ein bisschen mit war auch nicht so richtig diese ganzen scheiß kleinen Trümmer hier das ist natürlich jetzt nicht so schön ne ich müsste eigentlich eigentlich so ähm, rundum da hinkommen können und hier ist gleich die ganze Maschine abgestürzt, Leute, Leute, Leute so, was wollte ich noch testen, also diese... diese Düse hier vorne dran da können wir auch wahrscheinlich dann den Löschschaumfilm mit noch äh, dicker machen wenn wir auf der Statue landebar machen möglicherweise nehm ich jetzt einfach mal so an ich weiß es halt wie gesagt nicht so, da kommen wir zum Beispiel nicht hin mal ein bisschen testen hier was wir mit dem Fahrzeug alles machen können also dieser Front, äh Gerät hier was haben wir denn da noch? O und P achso, das war ja dieser Weitstrahl, ne? dass man so, das haben wir gelöscht gucken, ob ich da auch noch hinkomme oh, hier großflächig aber so klappt das halt nicht ja, hier stelle ich mir in der Tat ein bisschen dämlich an was ich ja wie immer gerne einräume wir testen mal den zweiten so, der ist, äh vorne mit an dem Arm dran achso, der ist auch schon gelöscht sehr gut fehlen dann noch da vorne diese kleinen Trümmer oh, da kommen wir wieder nicht hin und was ich testen wollte ist, ob wir hier laufenden Betriebe raufklettern können weil hier eine Leiter ist ne, das geht nicht okay so, das heißt also wenn wir da nicht dran kommen dann müssen wir wohl noch mal umparken es sei denn, der Kollege da vorne kriegt das jetzt hin also ich komme wie gesagt nicht dran dann müssen wir noch mal umparken nützt ja nichts das geht Gott sei Dank relativ schnell also wenn doch das Abladen das Aufladen hier ähm etwas länger dauert bis der einmal in Position ist aber der Rest geht recht schflück wieder rein in der Saft so ja haben wir noch hingebekommen den Brand zu löschen das Ganze hat äh aerodynamische Schwächen muss ich feststellen aerodynamisch ich wollte sagen äh physikalisch eher wir müssen das jetzt mal ganz schnell hier in Zapfhahn suchen weil unser Tank ist leer wenn jetzt gleich der nächste Einsatz kommt dann haben wir ein echtes Problem ja und mal schauen ob ich hier dann irgendwann noch mal äh in ein paar Wochen Monat oder so dann noch ein paar mehr Folgen dazu mache vielleicht nach einem Patch wie gesagt wenn da vielleicht noch zwei, drei neue Inhalte kommen oder ein paar Bugfixes aber ich denke mal jetzt dieses und vielleicht noch ein, zwei Videos mal gucken wie ich Zeit und Lust habe äh davon dann haben wir auch äh sehr viel gesehen und den Rest müsst ihr dann mal auch selber probieren ne so wie ist denn der Dehydrant hier NEIN vor allem eben mit dem schweren Umfall ne das, das, äh das, äh nagt immer noch an mir das fand ich ja eine dermaßen Frechheit so dabei wollte ich mich nur in Ruhe eigentlich hier erinnert euch nicht noch wie ich es angefangen habe ich wollte ich nur in Ruhe mal noch den zweiten Teil des Terminals zeigen weil in einem der vorhergehenden Videos hatten wir ja gesehen dass da so viele kleine lustige Anspielungen Gimmicks und Verspieltheiten noch zu finden waren die wir überhaupt noch nicht bemerkt haben die aber auch in dem Spiel drin stecken irgendwie noch äh ja fantastisch und das wollt ihr euch jetzt nicht vorenthalten deswegen fahren wir direkt mal weiter hier na komm hop gucken ob wir hier die die Tür wieder finden ich bin Feuerwehr ich darf das so hier so dann gucken wir mal was heute die Pizza des Tages ist nein wir müssten dann jetzt mal auf der anderen Seite vom Flughafen weil nicht nur die Fahrzeuge denn das Spiel macht ja auch aus dass es hier so einen riesen Flughafen gibt mit so vielen Sachen ich hätte mich ich hätte mir gewünscht dass vielleicht noch ein oder zwei Türen mehr hier gewesen wären ist teilweise ziemlich schwierig hier rein zu kommen so und wir haben letztes Mal die rechte Wand entlang äh erkundet jetzt machen wir einfach mal links rum hier haben wir einen kleinen Wartebereich da komm da kommt da kommt uns gerade der Pilot entgegen hier Info-Terminals nee EC-Karten Automaten okay da stehen wieder Gepäckstücke rum ich glaube das ginge gar nicht mehr auf heutigen Flughäfen oder dass es einfach irgendwie so Gepäck rumsteht und nix für Sinn so hier gucken wir mal Flugabfertigung da kommen wir nicht dahinter okay hier so viele verschiedene Kacheln naja sieht auch ein bisschen aus wie gewollt und nicht gekonnt hier also den Fliesenleger würde ich bei mir nicht ähm einstellen so hier haben wir V-Tours da bin ich mir ziemlich sicher dass es ne Y-Tours da bin ich mir ziemlich sicher dass es eine wir buchen sie Fluchen ja Y-Tours ist ja eine Anspielung auf die deutsche Bundeswehr warum das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben wenn ihr es wisst all Y-Tours flights today are nist please go home so dann haben wir hier eine riesen Flugtafel mit Zahlen die sich sogar drehen und Buchstaben gucken wir mal wo die hingehen nach Split Moskau Stuttgart Lissabon New York Moskau Lissabon Zagreb Moskau Düsseldorf so und wisst ihr was mir gerade auch noch auffällt Achtet mal auf die Zeit im Spiel und auf dieser Abflugtafel es gibt wirklich also ah hier Last Minute Bucherreisen schauen wir mal Last Minute wo wollen wir denn mal hin hallo hinterm Mond Last Minute 83.000 das ist eigentlich ein Schnäppchen Chicago Spanien oh da ist was passiert da kriegen wir eine Meldung weil bitte machen sie Platz für die Einsatzkräfte hier sogar mit Behinderten Stellplätzen Gerät ich wollte gerade sagen Aufzug aber ist ja keiner hier haben wir eine Cocktailbar Kuakao oder so keine Ahnung ich trinke ja kein Alkohol ich bin ja nicht bescheuert oh da ist wieder was abgestürzt hört das im Hintergrund dann werden wir gleich wieder rausrücken müssen Einsatzbefehl für Florian 11 im Außenbereich des Helikopterflugplatzes wurde ein Alarm gemeldet ja aber ihr seht auf jeden Fall hier gibt es jede Menge jetzt haben wir auch hier unten das alles gesehen dann geht es hinten noch weiter zu den dann geht es hinter noch weiter zu den ganzen Terminals also jede Menge die man hier entdecken kann finde ich wirklich wirklich wenn man sich mal so die ganzen Simulatoren anguckt da braucht sich dieses Produkt jedenfalls nicht zu verstecken jetzt habe ich es aber oft genug gesagt und ähm oh der hat es aber auch nicht drum da guckt man auch mal gerne so ein bisschen drüber weg dass hier die Leute rumlaufen wie Zombies darauf kommt es ja letztendlich auch nicht an oder dass Fahrzeuge durch Wände fahren äh das ist ja schon nicht so toll ja ich würde sagen wir machen jetzt diesen Einsatz noch und dann gucken wir mal was uns der morgige Tag bringt das heißt diese und noch eine Folge und dann würde ich sagen reicht es auch erstmal von diesem Spiel aber ich bin sicher dass ich nochmal drauf zurückkommen werde wie gesagt mit einem Patch und Co werde ich mir das nicht nehmen lassen nochmal reinzuschauen und werde es auch so noch ein bisschen weiter spielen und wenn mir ein paar Sachen auffallen werde ich euch selbstverständlich davon berichten und neue Spiele auf den Markt kommen wisst ihr ja neue Sendator etc findet ihr natürlich bei uns bei uns im Kanal immer zum Release pünktlich zum Release vielleicht möglicherweise sogar vorher immer mal reinschauen das lohnt sich alle Infos dazu in unserem das gibt's ja nicht alle Infos dazu in unserem Sendeplan auf unter events.moinfos.de und nochmal den Hinweis ich lese alle eure Kommentare und immer wenn ich Zeit habe antworte ich auch drauf also es lohnt sich immer mir zu schreiben da freue ich mich drüber wenn ihr das macht wäre fein coole Sache ist das so also wir nehmen uns den Brandherd da müssen wir dann einmal wieder schauen wie die Trümmer verteilt sind und wie ich dann am besten mein Rohr ausfahre das erinnert mich übrigens hier so an Stunts oder so jetzt gerade von der Grafik der Flugbahn her und so den gestrichelten Linien und den platten Boden aber das hat ja schon mal moniert ich muss da nicht drauf rumreiten so wir sind am Einsatzort gleich eingetroffen das war aber ganz schön knapp jetzt kommt davon wir müssen den Flughafen rum laufen und Burger fressen ei 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 das wird auch noch knapp acht sieben sechs nein 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 du benötigst noch 5000 Punkte im nächsten Rang aufzusteigen ja ich frage mich was was man mit weiteren 5000 Punkten dann bekommt und jetzt ich würde daher fast sagen wir machen das jetzt anders weil jetzt das Video schon fast wieder vorbei ist und ich diesen Tag Eva Basel habe ich mache noch ein Video in dem ich diese 5000 Punkte auch noch erspiele also nicht ich mache das nicht in dem Video sondern ich mache noch ein Video wenn ich diese 5000 Punkte erspielt habe weil ihr wisst ja wir machen einen Playtest und nicht langweilige Let's Plays gibt es woanders bei uns gibt es den Playtest also würde ich vorschlagen wir beiden vereinbaren das ist mal so du und ich also du lieber Zuschauer und ich ich spiele weiter dass ich die 5000 Punkte verdiene und es dürfte ja schnell gehen fünf Tageseinsätze so wie ich das gesehen habe kriege ich 500 Punkte pro Einsatz und dann wäre was mich interessiert ist ob 11 und 10 noch gleich sind das gucken wir noch ja und dann werde ich wie gesagt weiterspielen bis ich die nächste Stufe erreicht habe und da gucken wir mal was sich dann geändert hat und würde sagen das wird dann das letzte Video zunächst einmal von diesem Spiel aber ja das ist ja nicht aller Tage Abend und es gibt natürlich in unserem Kanal noch viele ganz verschiedene andere fantastische Games die ihr euch angucken könnt so ich habe in den letzten Folgen übrigens viel zu viel über solche Sachen geredet oder? jetzt gucken wir mal eben hier ob ich rausfinden kann was hier der Unterschied zwischen den beiden ist wahrscheinlich finde ich das überhaupt nicht raus schauen wir mal Sprühdingen 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 am Dach kein Sprühdingen also das ist so ein Ding mit so einem Kanonendingen drauf und das hier ist so ein Ding mit so einem beweglichen Arm der in eine Richtung geht drauf okay ja das heißt also wir müssten das Fahrzeug 10 auch noch irgendwann mal bekommen und testen also gibt es doch noch was zu sehen in einem weiteren Video denke ich mal hoffe ich schaut da wieder rein und danke euch fürs Zuschauen ich freue mich auf eure Kommentare macht's gut tschüss und bis dann 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 Vielen Dank.